Du steckst mit dem Entführer deiner Tochter unter einer Decke, ist dir das überhaupt klar? Ich darf die Polizei nicht einschalten. Was bestimmt das? Na ja... Sag's mir. Ist eine Überraschung. Papst! Hoffentlich hat Herr Stein nichts ausgelassen. Wahrscheinlich kennen Sie nur die halbe Wahrheit. Sonst hätten Sie keine so hohe Meinung von meinem Schwager. Sie haben mir nur die halbe Wahrheit über die Geiselnahme erzählt. Was haben Sie zu verbergen? Ach, das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Meine Schwägerin nimmt mich ganz gern mal auf die Schippe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass meine Schwager... Entschuldigung, Entschuldigung. Ich glaube, Sie haben die Geschichte doch schon x-mal gehört. Wir müssen uns um die Gäste kümmern. Kommst du bitte? Ich werde mich da mal langsam verabschieden. Ich bin ziemlich müde. Gut, dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten. Danke für das Gespräch. Danke ebenfalls, Frau Geiger. Wiedersehen. Na, meine beiden Helden. Kommt doch mal die nächsten Tage zu mir ins Büro. Ich denke, ich muss mich ein bisschen erkenntlich zeigen bei euch. Und komm bloß nicht auf die Idee, die beiden mit einer Yacht-Mütze abzuspeisen. Na, wieso? Kriegt jeder seine eigene. Wir werden darauf zurückkommen. Tschüss. Danke mal. Bis dann. Schönen Abend noch. Tschüss, Thomas. Na? Ich bin aber auch nicht in Feierlaune, die beiden Helden. Ich träge denen wahrscheinlich alles noch in den Knochen. Ja. Ich gehe mal zu Volker und Christine. Ich gehe mal zu, auf einmal zu Con curt. festa. Ich gehe mal zu. Ist noch Kaffee da? Ja. Ich muss gleich zum Hafen. Der Motor von Antonios Boot ist wieder kaputt. Was ist mit dir? Schlecht geschlafen? Ja, das auch. Und blöd geträumt. Wie blöd. Von Julian war wieder. Die war ein Angeln. Und sie hat einen Fisch nach dem anderen aus dem Wasser gezogen. Ich kein einziger. Ein Fall für Freud. Ja, aber du kriegst ihn nicht aus dem Kopf. Junge, du musst was tun. Du kannst ihn nicht vergessen. Bring dich in Erinnerung. Lass dir was einfallen. Fragen wir nicht vor, dass heute die Lehrerkonferenz ist. Die ersten zwei Stunden haben mir voll gereicht. Das kannst du laut sagen. Wo warst du gestern bei der Geiselparty von deinem Onkel? Tja, ich hab was besseres vorgehabt. Was denn? Ich war hier am Strand. Ich krieg mit zu zweit. Im Ernst? Sag nicht etwa mit. Ja, du hast es erfasst. Ja, wir sind so richtig zusammen jetzt. Wir haben sich das erste Mal durch dich geküsst. Wow, dann hat sich das so nun ja ja doch gelohnt. Ich drück dir die Daumen und ich hoffe, dass es so bleibt. Tja, diesmal ganz bestimmt. Das Alter macht uns auch nichts aus. Ich freue mich für dich. Gern ist ein Toller-Tür. Hey, ich könnte die ganze Welt zum Abend. Hallo. Hallo. Geht's dir besser? Du warst so schnell verschwunden gestern. Und du hast irgendwie so bedrückt ausgesehen. Ach, ich hatte einfach nur Kopfschmerzen. Was da so alles passiert ist, kann ich auch nicht so schnell wegstecken. Und du? Konntest du dich gestern Abend noch ein bisschen amüsieren? Ja. War doch klasse vom Papst. Dieses Fest und seine Rede. Schließlich hatten wir ja was zu feiern. Das Ganze hätte ja auch anders ausgehen können. Ja, wenn Thomas und Marc nicht gewesen wären. Ja. So ganz auf dem Damm bist du aber immer noch nicht, hm? Ja, ich hab ganz schlecht geschlafen letzte Nacht. Wahrscheinlich musst du die ganzen Ereignisse erst mal verarbeiten. Ja. Das hat Papst auch gesagt. Ja, ich halte dich nur von der Arbeit ab. Was wolltest du denn? Hier. Das bringt für echte Männer. Danke. Ich sag dir, ich schwör auf das Zeug. Nach dem gestrigen Tag haben wir auch ein bisschen Energie gebrauchen. Kann ich mir vorstellen. Das ist der letzte härtesten Mann an den Nerven. Mit Hallereien bin ich ein bisschen aus der Übung. Mein letzter Sparling mit Schwarzenegger ist schon eine Weile her. Hi, Thomas. Hi. Hi. Machst du mir einen Ohrsitz? Ja, doch. Sag mal, wo warst du eigentlich gestern Abend? Ich hab dich vermisst. Null Bock auf so viele Leute. Ah, gibst doch zu. Du hast heimlich einen kleinen Freund, hm? Und der dich gestern Abend ein bisschen getröst hat. Eine Frau hat ihre Geheimnisse. Das solltest du eigentlich wissen. Ja. Ich muss los. Wir sehen uns. Hier ist echt drauf, die Kleine. Süß und frech. Noch ein paar Jahre und die ist echt reich. Nur leider ist sie jetzt noch viel zu jung. So. Und 600 Visiten zurück. Eines Schiss. Hi, Tim. Wie geht's? Gut, gut. Danke für die Nachfrage. Du hast doch noch einen Job in St. Ben, oder? Ist das nicht sehr stressig hier? Das schaffe ich schon. Was kann ich für dich tun? Nichts Besonderes. Ich war nur in der Gegend und wollte vorbeischauen. Hat sich Julia schon gemeldet? Sie ist doch gerade erst weg. Hat sie noch keinen Anruf? Nein! Warum? Kannst du um ihre Adresse in Deutschland gehen. Sag mal, was willst du denn von ihr? Hallo, Jungs. Ihre Bestellung, Madame. Würdest du dir das bitte angewöhnen? Ja? Ich bin ziemlich klasse, von dir persönlich bedient zu werden. Solange ich auch was davon habe. Sag mal, hast du eigentlich mitbekommen, was sich Christine gestern wieder geleistet hat? Sie war kurz davor, diesem Journalisten die Sache mit Hause zu stecken. Wieso sollte sie das tun? Wahrscheinlich, weil sie nicht richtig tickt die Kuh. Gott sei Dank hat Volker die Situation gerettet. Das verstehe ich nicht. Sie weiß doch genau, was sie damit kaputt macht. Sie denkt, ich hätte euer Leben aufs Spiel gesetzt, um meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen und die Sache mit Hause zu vertuschen. Das ist doch Blödsinn. Es war genau richtig, die Polizei nicht einzuschalten. Wer weiß, was die mit uns gemacht hätten. Das sehe ich genauso. Aber Christine ist total sauer. Sie ist in der letzten Zeit nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst. Und dann die Geiselnahme, keiner sagt ihr Bescheid. Und jetzt macht sie dich verantwortlich für alles. Scheint so. Sie denkt, ich bin ein rücksichtsloser Egoist, der über Leichen geht, sogar über die Leichen seiner eigenen Familie. Das ist doch absurd. Hey, das ist der erste Schock. Wie beruhigt sie schon wieder, hm? Hoffen wir es. Wenn Christine auspackt, habe ich ein echtes Problem. Vielen Dank.